Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neunten Video auf meinem Kanal und heute seht ihr ein etwas anderes Video und zwar COD Remastered und wir spielen nicht frei für alle, sondern wir spielen frei für alle traditionell. Das bedeutet, man startet mit der Scorpion und mit der M9 und man sammelt sich quasi Waffen und die ganzen Sachen hier. Zum Beispiel jetzt die AK oder hier liegt eine Granate, die sammelt man sich und das ist dann quasi besser oder ein bisschen lustiger. Geiler anzugucken auf jeden Fall, finde ich. Das war was anderes. Oh nein, ich habe jetzt mega schlecht gespielt. Aber ein bisschen höhere Spring ist drin, das heißt, vielleicht hilft uns unser Scaf ein bisschen weiter. Aber wir nehmen auch Raketenwerfer mit. Ich würde mich natürlich über eine Bewertung freuen, wenn ihr sowas öfter sehen möchtet oder wollt. Und jetzt habe ich aber keine, jetzt habe ich nur die Pistole. Ja, sollen wir das riskieren? Komm, wir riskieren, ich stecke fest. 1-1 steht es. Ich habe gerade irgendwie schon einen Hacker oder so getroffen. Hier auf der Map war nämlich gerade einer auf dem Dach drauf. Das fand ich komisch. Warum habe ich jetzt hier die Scorpion? Ja, keine Ahnung. Ja, sie geht ab. Passt. Dann werfen wir ein Granätchen. Ah, wir haben noch unsere Panzerfahrt, sehe ich gerade. Ach, als ob. Ich habe den, das kann gar nicht sein, ich habe den gar nicht so gehittet. Ich habe gedacht, ich habe den mega durch die Granate gehittet. Aber scheint wohl doch nicht so zu sein. Also, mir ist auf jeden Fall mega Spaß, weil das mal was ganz anderes ist hier. Vor allem, wenn man... Ah, guck, das meine ich. Gibt es Hacker? Gibt es Hacker in COD schon? Also in Remastered? Oder wie kommen die da hoch? Mega komisch. Der holt mich einfach da. Von da oben, ey. Was ist das denn? Nein, Jungs. Wir müssen uns gegen den Fall schließen. Guck, da habe ich keine Chance, Junge. Ist der denn gut? Ah, der führt. Sollen wir mal einfach einen Aal da hochwerfen? Ui. Jawoll. Lacktreffer as usual. Ich habe ihn einfach glätetet. Da muss ich als mega abhacken, der Typ. Da haben wir einen. Kram. Also ich hoffe, dass es euch echt gefällt. Mal ein bisschen Abwechslung mit Bio 3. Ah, der ist einfach da hochgesprungen. Ah, dann werde ich hinter mir geholt. Also wie gesagt, das mit dem doppelten Leben ist natürlich was anderes. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für den Anfang aber. Mir macht es Spaß. Und das ist ja die Hauptsache, ne? G36. Ah, Elm ist nicht so da. Der Ballkaiser. Oh, mit der hast du gar kein Aim, merke ich gerade. Oder ich habe damit kein Aim. Jetzt kommen natürlich die Pro-Gamer wieder unter uns. Hey, du hast gar kein Aim mit der Waffe. Mit jeder Waffe kann man spielen. Aber ich meine, ich erwarte jetzt hier kein Highscore-Gameplay. Was ja ganz klar ist. Wenn man das lange nicht spielt, dann ist es klar, dass das hier nicht geeilt wird. Also dass es quasi nur als Beschäftigung dient und hier nicht das mega krasse Gameplay wird. Das möchte ich mal ganz klar hier festhalten. Ui. Die Mini-Utze suche ich die ganze Zeit. Ah, ich finde die einfach nicht. Also jetzt habe ich sie, ja? Ah, hier. Ich weiß nicht, wo die hier rumliegen soll. Hier müsste. Ah, komm. Wo? Ah, mit der Mini-Utze könnte was gehen. Die bockt. Mini-Utze bockt. Dahin ist einer. Den hütten wir nicht an. Wir gehen wieder zurück. Wir stehen 6 zu 7. Naja. Naja. Ah, komm hier. Nice. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Spawn könnte natürlich da vorne sein. Eher passiver in Natur. So. Da war einer. Ah, der kommt nicht weg, oder? Boah. Lack. Das heilen wir natürlich nicht, ne? Das ist natürlich eher... Ein bisschen doof. Unfall. Oh, evtl. Das heilen wir mal kurz hier. Aber ich habe einen Blitzschlag, geil. wir ballern den heli raus in der hoffnung dass da was geht ich sag's euch, die Minions hier ist geiler, braucht die wieder, oder wir nehmen hier, ist auch gut leider ein bisschen laut, aber was soll's die Zeit wird knapp, oh schade ah krass, wo sind sie, wo sind sie ich hab immer noch geschaut, war das ein Hack, oder war das einfach ein Glitch eigentlich bin ich verkehrt, ich müsste eigentlich im Haus reingehen ah, wir haben wieder oh, Jungs, schaut euch dieses Move mit an, das ich hier am Start hatte geil, wir haben zwei Kills, oh, das könnte noch knapp werden ah, ich muss den holen ist der down? ah, der ist down sorry Digga, ich muss dich holen ah, er führt immer noch, oh, er führt immer noch komm nein, ah doch ah nein, ich hab verloren, naja, egal also wenn's euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ne Bewertung frauen haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal